Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ich glaube Kamui, falls ich es richtig ausgesprochen habe, zwei Realverfilmungen von Mangas bzw. Animes erschienen und nun ist mit My Oni Girl ein Netflix-exklusiver Anime erschienen, den ich zusammen mit Zero bespreche. Hallihallo. Hallöchen, ich freue mich gerade, weil du die anderen beiden Filme, die du gerade genannt hast, habe ich beide gesehen. Perfekt. Ich bin Johannes und ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen vor dem Mikro sitzen und zwar wieder bei einem japanischen Film, weil das letzte Mal haben wir River zusammen besprochen. Ja, Tatsache und wir sind ja zwischendrin auch wieder in so einem kleinen Hotel. Also es fügt sich immer wieder zusammen. Uh, das stimmt. Eigentlich, also man kann schon mal sagen, My Oni Girl ist so ein bisschen ein Roadmovie und theoretisch hätten die beiden ProtagonistInnen auch in dem Hotel von River kurz einen Zwischenstopp halten können. Vielleicht ist ja das Oni Girl die Frau am Ende bei River. Uh, nicht schlecht, nicht schlecht. Zero, für die, denen der Film My Oni Girl gar nichts sagt, magst du vielleicht kurz sagen, worum geht es ungefähr? Ja, natürlich. Wir haben einen sehr, sehr schüchternen Jungen namens, ich versuche es richtig auszusprechen, Hiragi. Der kann halt komplett nicht Nein sagen zu einen Leuten. Der fühlt sich auch in der Schule dadurch nicht wohl, in seiner privaten, auch zu Hause, will er seinem Vater halt keinen Kontra bieten und fühlt sich dann auch nicht ganz so gut. Und er lernt dann irgendwann ein Mädel kennen. Die ist nämlich im Bus und kann auf ihn nicht bezahlen. Er läuft da hin und sagt, hier, ich würde bezahlen. Sie will das auch nicht. Beide fahren dann nicht mit dem Bus. Und lernt sich dann kennen und er kommt dann schnell darauf, oder sie erzählt es ihm sogar, dass sie ein Oni ist. Und ich, schlecht bewandert, sag mal übersetzt, Dämon wäre das. Und die erleben dann ein Abenteuer zusammen. Wie du schon sagst, so ein kleines Road-Movie. Und sie möchte halt, ihr großes Ziel ist eigentlich jetzt in dieser Menschenwelt, in Klammern gesagt, möchte sie halt ihre Mutter finden. Und dabei hilft er ihr dann. Und Animes sind ja gefühlt einerseits immer noch eine totale Nische und andererseits irgendwie doch super Mainstream angekommen. Der Junge und der Reihe hat ja auch dieses Jahr den Animations-Oscar bekommen von Hayao Miyazaki. Vielleicht bevor wir zu diesem Film kommen, Zero, was ist denn deine allgemeine, ja weiß nicht, Beziehung, Verbindung zu Anime, Film oder auch Serien? Serien, wie gesagt, hatten wir leicht im Vorgespräch. Da bin ich natürlich Kind der 90er, Anfang 2000er. Da die Dragonball-Sachen, Yu-Gi-Oh! oder natürlich auch zu Basu und Zora. Wenn ich ganz weit zurückgehe, natürlich auch Heidi, aber ich kann es früher mal gucken, wie ich klein war. Das sind so Anzugspunkte. Dann natürlich heutzutage, wie du schon erwähnt hast, die Realverfilmung. Die gucke ich mir dann doch schon mal gerne an. Und ansonsten ist eher so Studio Ghibli das, was ich auf jeden Fall auch konsumiere und da ein bisschen dahinter bin, da am Ball zu bleiben. Aber so andere Studios oder neuere Sachen bin ich meistens raus, weil die mir auch immer relativ gleich aussehen. Da fehlt mir so dieser Umschwung. Aber das ist so mein Live-Wiz-Anime. Nee. Also was meine Kindheit und Jugend angeht, ging mir das ähnlich. Ich bin natürlich auch RTL 2 nachmittags aufgewachsen. Ich hatte auch eine Phase, ich weiß nicht, ob du Naruto geguckt hast, wo es ja um so Ninjas geht. Also da hatte ich auch eine Phase, wo ich das sehr exzessiv geguckt habe. Und ich bin dann auch vor allem über Studio Ghibli an die Filme gekommen und gucke immer mal wieder gerne Filme. Auch wenn man ja gefühlt sagen muss, es erscheinen ganz, ganz viele Serien, wo ich auch überhaupt nicht drin bin. Also weiß ich nicht. Ich habe von Demon Slayer, glaube ich mal, eine Folge gesehen. Das ist eine aktuell sehr gefeierte Serie. Ich habe Attack on Titan noch nicht gesehen. Aber so viele Anime-Filme erscheinen gefühlt gar nicht. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass mit My Only, jetzt sage ich schon My Only Girl, My Only Girl, ein Anime-Film auf Netflix erscheint. Wie fangen wir damit an? Der hat, also du hast ja auch den Vergleich zu Studio Ghibli. Siehst du da Parallelen oder würdest du sagen, My Only Girl fühlt sich da sehr eigen an? Also ich finde schon, er hat leichte Parallelen, weil er versucht ja auch jetzt die menschliche Figur einfach in so eine Fantasiewelt auch zum Ende zumindest mit rüberzunehmen. Das macht ja Ghibli auch ganz oft oder eigentlich fast immer, so gut wie. Aber halt, er macht es halt, wie gesagt, nur zum Ende hin und das finde ich ein bisschen wenig. Und ansonsten fehlte mir jetzt bei dem Film, bei My Only Girl, fehlte ein paar fantasievolle Figuren, also ein bisschen mehr. Also wir haben, wie gesagt, auf der Reise von den beiden werden sie von so Schneegöttern verfolgt. Die sehen halt auch schon eigentlich ganz okay aus, aber die kriegen jetzt auch nicht so richtig Fleisch dran, dass ich jetzt wüsste, ey cool, darum sind die jetzt da. Wieso, weshalb? Und ja, da muss ich sagen, da hat Ghibli schon einen besseren Bezugspunkt halt für den Zuschauer, der zieht mich da mehr mit rein. Aber ich bin ja mal gespannt, wie du dazu stehst. Voll, mir geht das ähnlich. Also ich finde auch die Schneegötter, ich musste am Anfang ein bisschen an Shihiros Reisens Zauberland denken. Da gibt es ja so einen Wassergeist. Ich finde, das ist da schon sehr, glaube ich, würde ich sagen, dran angelehnt. Ich musste auch ein bisschen an die Filme von Makoto Shinkai denken, den die meisten vielleicht durch Your Name kennen. Weil eigentlich ist, würde ich sagen, My Only Girl vor allem eine Liebesgeschichte, vielleicht nur in Anführungszeichen, oder die Entwicklung von einer Freundschaft zwischen den beiden. Mit lange, wo dieses übernatürliche Element immer nur so ein bisschen drin ist. Und das ist in Filmen wie Your Name oder jetzt zuletzt Suzume, der letztes Jahr im Kino lief. Den gibt es jetzt auch inzwischen auf Netflix. Immer, ja, das Übernatürliche ist dabei, aber es spielt sich nicht so sehr in den Vordergrund. Bis dann, und das passiert hier bei My Only Girl, so in der zweiten Hälfte wird das mehr. Ja, aber ich kann verstehen, gerade so im Vergleich zu einigen Ghibli-Filmen, die da, glaube ich, also die gehen da 100% in Richtung Fantasy. Und der hier bleibt da sehr lange irgendwie im Wagen. Wie haben dir denn die beiden ProtagonistInnen gefallen? Du hast schon Hiragi angesprochen, ein introvertierter Junge und er trifft dann auf Tsumugi, das Only Girl. Auch wenn man da sagen muss, Oni kennen einige vielleicht als so ogermäßige Dämonen. Hier sind das eigentlich Menschen, die ein oder zwei oder mehrere Hörner haben, die sehr extrovertiert sind. Wie haben die beiden dir denn gefallen? Oh, eigentlich ganz gut. Also ich fand deren Beziehung das Interessanteste am ganzen Film, weil, wie gesagt, du sagst ja schon, er ist der Introvertierte von den beiden. Sie ist halt ehrlich, manchmal auch zu ehrlich, auch scheißegal, wie die anderen sich dann so ein bisschen fühlen. Und die nähern sich halt an von beiden Seiten. Sie nimmt ein bisschen was von ihm an, er was von ihr. Und ich glaube, er ist schon eher, zumindest kommt es mir so vor, sehr schnell in sie verschossen, weil er vielleicht endlich mal eine Bezugsperson gefunden hat, mit der er bodden kann. Und bei ihr dauert es ja ein bisschen, bis er Groschen fällt. Aber ich fand das alles ganz süß gemacht. Also wie gesagt, als Roadmovie funktioniert der für mich super, weil auch gerade alle Passagen, die die abfahren, sind immer wieder interessant. Und kam mir dann halt aber eher so vor wie so, ja eine Serie wäre auch ganz interessant gewesen, wo du halt die Passagen, die sie abgehen, halt als eine Folge gehabt hättest, um die da ein bisschen zu strecken. Aber so passen die beiden auf jeden Fall gut zusammen. Mich hat dann eher schon wieder gestört, die anderen Figuren drumherum von ihren Familien, wo ich dann denke, ja die passen dann nicht ganz so zu denen. Aber die beiden auf jeden Fall top, fand ich richtig, richtig sympathisch und charmant. Und das ging mir ähnlich, ich fand die ein bisschen sehr, weiß ich nicht, plakativ, weil er ist halt schon, also er ist wirklich sehr, sehr schüchtern und sehr introvertiert und lässt sich da von seinen MitschülerInnen ja quasi fast schon so ausbeuten. Und sie ist halt wirklich super outgoing und laut und forsch. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen platt, aber ich fand auch, die waren zusammen einfach sehr, sehr niedlich. Die anderen Figuren, ich bin da bei dir, gerade die Eltern, also eigentlich sind ja nur die beiden Väter lange relevant. Die sind schon irgendwie sehr so, ja gut, das ist halt der Vater, der irgendwie so ein bisschen grießgrämig ist oder irgendwie nicht so viel reden kann. Was ich auch wirklich ganz süß fand, war wirklich einfach die erste Hälfte des Films, wo sie von einer Etappe zur nächsten kommen und einfach so schöne Erlebnisse haben. Das ist irgendwie so, also das ist ja überhaupt nicht realistisch, weil alle Leute helfen denen und irgendwie ist das alles schön, sie laufen durch Blumenfelder und das ist einfach, das hat so eine wohlige Atmosphäre. Ging dir das auch so? Ich denke auch, wohlsam ist mir gerade in den Kopf gekommen, genau das ist es. Also man fühlt sich dabei richtig gut, guckt sich das an. Also in dem Punkt ist das ja null Zeitverschwendung. Du fühlst dich halt richtig schön gut, hast so dein Feelgood in der Zeit. Denkst du, ach, das ist aber schön. Hoffentlich verlieben die sich jetzt gleich noch richtig. Also das ist wohl das Gefühl, was man dann die ganze Zeit drüber hat. Die beiden passen halt zusammen wie Arsch auf einmal. Und das ist, also das gibt einem eine richtig gute Zeit. Und dann kommt die zweite Hälfte in der, ich glaube, es ist jetzt kein großer Spoiler, also sie kommen halt dann in diese übernatürliche Welt der Oni an und dann diese Geschichte, die sonst so ein bisschen im Hintergrund läuft, wird dann relevanter und dann wird so eine, ja weiß ich nicht, etwas größere Fantasy-Story aufgemacht, die, ja weiß ich nicht, den Fokus von den beiden so ein bisschen weggeschoben hat. Weil dann auf einmal die Mutter, beziehungsweise die Suche, also Tsumugi sucht ja ihre Mutter, das wird auf einmal bedeutender und auch der Vater, der halt Hiragi sucht, nimmt irgendwie eine größere Rolle ein. Wie hat dir denn dieser Part gefallen, weil du ja eigentlich sagst, mehr Fantasy ist gut. Ja, das ist leider genau das Problem. Der zweite Part halt, mehr Fantasy ist super, aber überlebt das auf eine ganz komische Art und Weise. Wir haben nicht mehr ein paar andere Kreaturen, die hätten ja richtig schön durchdrehen können. Die hätten ja in so einer Fantasie, da kannst du ja machen, was du willst, who cares. Aber da bleiben die halt auch an den Unis sehr, sehr noch menschlich. Die haben vielleicht ein, zwei oder keine Ahnung, vier Hörner auf dem Kopf. Das war's dann. Du hast halt immer schon, die hatten wir vorher auch schon, die Schneegötter und dann noch so eine Geistermaske, die da so rumschwebt. So, toll. Da hätten sie deutlich mehr machen können und bleiben da auch auf so einem menschlichen Level, nur dass es halt in einer anderen Welt in Klammern ist. Aber nee, das hat mir dann gar nicht gepasst, weil es war dann wieder so viel, es ging dann zack, 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 zack. Ich weiß nicht, welche Stellung hat hier Zumugi und ihr Vater überhaupt da in dieser Gemeinschaft von den Uni? Weil die sind ja auch bei so einer, schätze ich mal, Dorfältesten oder sowas, was sie darstellt, diese Goßen. Da weiß ich aber nicht, sind die jetzt cool? Ist das vielleicht auch die Oma? Was haben die damit zu tun? Und das war mir alles zu viel und zu wenig erklärt. Dann trotzdem noch und es ging ja nur noch zack, zack, zack und auch die Entscheidungen waren mir dann auch nicht mehr so nachvollziehbar von allen, die sich ja vorher gut angenähert haben. Dann aber wieder macht sie was anderes, was irgendwie gar nicht, finde ich, zu ihrer Entwicklung gepasst hat vorher. Und am Ende geht es ja nochmal schneller. Dann dachte ich mir so, okay, that's it. Dann kommt noch ein bisschen Abspann, der war wieder ganz niedlich, die After-Credit-Sachen. Aber das normale Ende im Film, boah, das hätten sie für mich jetzt schenken können. Da hätten sie lieber nochmal, keine Ahnung, einen Strandtag oder so einbauen können bei ihr, beim Road-Movie-Ding und da ein bisschen Spaß haben. Das hat mich ein bisschen verloren. Wie war es bei dir? Ja, das ging mir ähnlich. Ich finde auch super komisch, wie du sagst, weil dieses Onidorf, das eigentlich Besondere ist daran eigentlich, es schneit. Und mehr Magie ist da eigentlich gar nicht. Also es kommt dann halt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, zu Kampf oder Belagerung, falls man das so nennen kann. Und anstatt, dass da irgendwelche jetzt, denke ich, okay, das sind Oni, das sind irgendwie Geister, vielleicht können die zaubern oder sowas. Nee, dann gibt es zum Beispiel Katapulte, mit denen die dann auf die Schneegeister feuern. Das fand ich auch ein bisschen, ja, kurios. Also weiß ich nicht, ob da, weiß ich nicht, die Fantasie gefehlt hat oder man das irgendwie ein bisschen geerdeter lassen wollte. Und ich bin auch bei dir, dass es am Ende alles ein bisschen gehetzt wirkt. Und ich muss auch sagen, ich habe, und da haben wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, wir haben, also warum der Konflikt sich auflöst, so richtig gecheckt oder eine logische Begründung dafür, fand ich, war irgendwie nicht da, oder? Nee, das hat mir auch voll gefehlt. Also, ja, ist jetzt kein Riesenspoiler, wird ja am Anfang ja schon gesagt, der Junge, wenn er da steht, gehen aus ihm so Bladen raus. Und das, das sagt sie ja auch gleich, das sind so Oni alles schon. Das passiert halt relativ öfter im Film, immer, wenn er halt nicht zu sich selber steht. Und ja, natürlich passiert, was passieren muss, er verweilt sich auch in so ein Oni. Und zum Ende hin passiert da dann nochmal was, wo ich denke, okay, das ist jetzt der Reveal, warum das alles jetzt dann vorbei ist. Aber im Dorf, das Dorf gab es ja vorher schon, auch ohne den Jungen. Und warum hat der Junge jetzt damit zu tun, wie es dem Dorf geht? Das fand ich alles, nee, das, oh, tut mir leid. Also, da sollten sie sich noch ein paar Ghibli-Filme angucken, vielleicht auch mal ein bisschen lernen, wie man so ein Ende noch runter macht. Ah, das war dann halt leider nichts mehr. Und das, das Doofe ist halt immer, wenn ein Film kein gutes Ende hat, das spielt halt halt immer auf die Bewertung mit ein. Kann die ersten 20, 30 Minuten super sein, aber das Ende, wenn das nicht passt, ist das immer ein richtiger Abfuck leider für mich. Und hier leider, leider auch, ey. Kann ich total nachvollziehen. Mir geht's nicht, also, ich find's nicht ganz so schlimm wie du, aber ich hab's auch nicht ganz so gecheckt. Also, vielleicht muss ich den noch ein zweites Mal gucken, würde ich auch durchaus machen. Aber eigentlich diese, also, ich find, lange ist irgendwie schon natürlich einerseits die Kerngeschichte, die Freundschaft oder vielleicht anbahnende Romanze zwischen den beiden. Aber vor allem halt auch für ihn, dass er als sehr introvertierte Person zu seinen Gefühlen stehen muss, auch mal, also irgendwie lernen muss, was möchte er eigentlich in dieser Welt machen. Das ist ja auch so eine typische Coming-of-Age, ein typisches Coming-of-Age-Motiv. Ich hab gedacht, das, 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 darauf läuft der Film hinaus und das wird zwar irgendwie im Finale behandelt, aber eigentlich, weiß ich nicht, dann, dann kommen halt ganz viele Sachen da rein und ich fand's irgendwie schön, dass nicht so viel erklärt wurde. Also, es ist besser als irgendwie so diese typischen Exposition-Dumps, aber das war dann schon irgendwie ein bisschen konfus. Also, da hätte ich mir, wie du sagst, so, wahrscheinlich wäre es schöner gewesen, wenn die einfach, wenn der ganze Film das Road-Movie gewesen wäre und am Ende hätten die beiden halt erkannt, okay, sie mögen sich. Und Higari ist selbstbewusster, aber irgendwie ist das nicht. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz kurios, dass der da so ein, so ein, ja weiß ich nicht, so ein Zwischending, Zwischending einnimmt. Was bei Animes ja noch oder vielleicht auch bei Animationsfilmen ganz besonders wichtig ist, zumindest mir, ich weiß nicht, wie es dir da geht, die Optik. Wie hat dir das denn gefallen, dass, ja weiß ich nicht, allgemein die Zeichnung, die Illustration, das Design? Ähm, ja, das fand ich alles super ansehnlich. Also, es war mir teilweise zu präzise sogar. Also, es war richtig gut. Also, es war wirklich richtig gut. War aber auch jetzt mir dieser besondere Pfiff irgendwas, ne, ein bisschen vielleicht noch Besonderes mit reinzumachen. Das hat mir noch gefehlt. Aber, ey, das kann man sich nicht beschweren. Und es ist on top, also ich glaube, schönere Bilder, die so genau sind und animiert, findet man auch selten. Das haben sie schon alles top gemacht. Nur der kleine, vielleicht nochmal wirklich kreative Pfiff, der hat mir in dem ganzen Gesamtbild halt leider auch gefehlt. Das kreative Pfiff, ich glaube, im ganzen Film fällt mir so allgemein ein bisschen. Aber ansonsten sind die Zeichnungen, sind on top, also kann man wirklich nicht meckern. Sieht halt aus wie jede Serie, die es wahrscheinlich auch gibt, fast auf Netflix davon. Aber ist halt top-notch zur heutigen Zeit, wie man die Zeichnung haben will. Geht mir genauso. Ich fand das auch sehr, sehr schön. Ich mag vor allem immer so Natur und Wälder. Da denke ich mal, da möchte ich mich auch dazu setzen oder sowas. Aber es fehlt so ein bisschen, ja, so eine eigene Identität. Ich bin da auch bei dir, wenn man so einzelne Ausschnitte rausschneidet oder so Screenshots, dann weiß man, glaube ich, nicht unbedingt, okay, das ist jetzt der Film, während das bei einigen Studio Ghibli-Filmen anders ist. Da weiß ich sofort, okay, das sieht sofort nach Studio Ghibli aus. Das ist irgendwie mein Nachbar Totoro zum Beispiel. Und das fehlte hier so ein bisschen. Und ich finde es auch, es ist sehr clean, digital, wo ich ganz froh bin. Es gibt ja einige Anime, die auch auf CGI setzen. Also ich finde, es gab ein, zwei Szenen, wo man gemerkt hat, das ist am Computer. Aber ansonsten ist das alles gezeichnet. Das fand ich ganz, ganz schön. Also es ist einfach, es ist auch irgendwie, ich finde optisch ist es halt so zum Wohlfühlen. Wenn ich sehe das und denke so, ach, das ist irgendwie schön, auch wenn, wie du sagst, es fehlt so ein bisschen das, das eigene. Hast du noch einen Punkt? Ansonsten könnten wir, glaube ich, zum Fazit übergehen. Ich bin zufrieden. Dann hau doch mal raus. Wie würdest du abschließend deine Meinung zusammenfassen? Ja, eigentlich wie schon die ganze Zeit erwähnt. Also ich finde, es ist auf jeden Fall, er ist für, glaube ich, für Fans von Anime ist auf jeden Fall sehenswert. Für so Neulinge, die sollten sich vielleicht dann doch eher mal was Kreatives rein, dass man halt da auch hier richtig reingezogen wird, anschauen. Ansonsten ist dieses Coming of Age, was darin vorkommt, das ist richtig schön dargestellt. Die beiden Hauptfiguren sind total sympathisch, mit denen kann man richtig gut bonden. Aber die ganz große Geschichte drumherum, die hat sich mir halt nicht komplett erschlossen. Darum hat er mich da komplett verloren. Ist halt ein Film, den kann man sich geben, ist natürlich mit 112 Minuten jetzt auch nicht gerade super, super snackbar. Aber ist halt die normale Lauflänge heutzutage. Und ich sag mal, auf einen ruhigen Sonntagmorgen, da kann man sich den schon mal anschauen, wenn man daran interessiert ist, was so in der Anime-Welt gerade los ist. Außer halt bei Ghibli oder gerade in den USA, was alles rund um den Spider-Verse. Voll, genau. Ich fand den besser als du, ich bin bei dir. Also wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass dieser Film eigentlich nichts wirklich Neues erzählt und man sagt, okay, der bietet halt sehr, sehr viel Bekanntes und mixt das irgendwie zusammen in einer super süßen Geschichte, in einer schönen Optik, dann kann man sich den wirklich angucken. Ich fand den auch relativ kurzweilig, ich mochte die Charaktere und ja, ich mochte vor allem die erste Hälfte und die zweite hat er so ein bisschen abgebaut. Ich freue mich auf jeden Fall, den irgendwann nochmal zu sehen. Und es gibt auf Netflix ja noch einige andere Netflix-exklusive Anime, die ich auch noch nicht gesehen habe. Unter anderem A Whisker Away, das wurde vom gleichen Studio produziert. Aus irgendwelchen Gründen heißt dieser Film im Deutschen um ein Schnurhaar. Da bin ich schon ganz froh, dass My Only Girl nicht übersetzt wurde im Deutschen. Zero, gibt es noch irgendwas, weiß ich nicht, wo man dich hören kann, wo man dich lesen kann, was du unseren HörerInnen noch empfehlen möchtest? Ich möchte auf jeden Fall empfehlen, dass sie alles rund um den Tele-Stammtisch sich zu Genüge führen. Da gab es nämlich jetzt gerade wieder ganz frisch die Movie-Cannibals. Da sind so drei nette Kollegen von uns. Die reden über alles, was im DTV-Bereich gerade so neu ist. Da war diesmal unter anderem Becky 2 dabei, der Fanfilm oder etwas größere Fanfilm The Last Committee, den ich übrigens auch sehr, sehr gut finde, aus den Gründen, dass es mein Genre eher ist. Da sollte man mal reinhören. Oder auch, was gerade richtig groß ist, wer es noch nicht gesehen hat und noch nicht gehört hat zumindest, über Fiorosa, The Mad Max Saga, haben auch Kollegen von uns. Liebes Du, der Timo, die Schlogger und die Melanie haben auch einen Cast gemacht. Da kann man auch mal reinhören, ist sehr interessant. Die sind da auch nicht der gleichen Meinung auf jeden Fall und das ist sehr interessant. Von mir kann man überall sehen und hören, wo man möchte. Leute, googelt, Zero Famous, das reicht. Okay, ja super spannend. Fiorosa habe ich natürlich schon gesehen im Kino, aber unsere Podcast-Folge, beziehungsweise die Tele-Trump-Tiff-Podcast-Folge habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich dann jetzt auch mal machen. Genau, ansonsten, für alle ESC-Fans im Podcast, ein Film ist nicht genug, könnt ihr einen Rückblick auf den diesjährigen ESC euch anhören. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, noch zu sagen, folgt dem Tele-Stammtisch gerne auf den üblichen sozialen Medien. Bewertet ihn gerne auf Apple Podcast und oder Spotify. Natürlich könnt ihr diese und andere Folgen auch kommentieren auf Spotify und ihr könnt jetzt neu auf unserem aufgebauten Community-Discord-Server vorbeikommen und mit uns und anderen filmbegeisterten Menschen diskutieren über ganz unterschiedliche Filme, seien es My Only Girl oder Furiosa oder The Last Committee, den ich auch auf dem Schirm habe. Ich bin ja auch Action-Fan, da bin ich mal gespannt drauf. Und ansonsten würde ich sagen, Zero, vielen, vielen Dank für die Aufnahme und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Applaus